ja hallo liebe uhrenfreunde ich begrüße euch ganz recht herzlich hier im federhaus auf meinem kanal mein name ist alexander und heute zeige ich euch im hands-on eine tessau dressuhr ausgestattet mit dem powermatik 80 werk bitte zwingt mich nicht dazu den namen dieser modellreihe auf französisch auszusprechen das ist nicht so meine stärke übersetzt heißt das ganze aber so viel wie turmfahrt oder fahrt zum turm also wenn ich das richtig interpretiert habe falls ich mich geirrt habe schreibt es mir gerne in die kommentare das armband dieser uhr erinnert mich so ein bisschen an das armband von meiner maurice lacroix aiken hier haben wir eine schmetterlingsfalt schließe mit zwei halben bandelementen im unterschied natürlich zur maurice lacroix haben wir hier diese mittleren bandelemente poliert und man muss allerdings auch sagen das armband der tessau ist wertig aber es ist nicht so wertig wie das armband an der maurice lacroix aiken dennoch fand ich die uhr einfach schön und ihr habt ja gesagt ihr möchtet auch ganz gerne mal ein bisschen was anderes sehen nicht immer nur sport uhren und eben auch mal ein paar schöne dresser und die uhr habe ich in der vitrine stehen sehen und habe gedacht das ist so ein kandidat ja den möchte ich euch einfach nicht vorenthalten das zifferblatt ist toll hat ein schönes blau das gucken wir uns gleich noch mal im detail an hier seht ihr das gehäuse hat eine schöne mattierung schön gebürstet vertikal von oben nach unten und dann haben wir hier das tessau logo auf der krone und insgesamt die uhr ist nicht gerade klein muss man auch dazu sagen sie wirkt schon sehr groß jetzt 42 mm durchmesser das blende ich jetzt auch hier ein und dadurch dass sie eben sehr viel zifferblatt hat wirkt die uhr natürlich schon relativ groß das muss man sagen also das hier ist jetzt eine dress uhr für jemanden der vielleicht überwiegend sonst im alltag sport uhren trägt und nur zu besonderen anlässen mal auf eine dress uhr umsteigt und der eben auch sonst größere armband und trägt und entsprechende handgelenke hat und sich eben sagt so wenn ich mir eine dress uhr kaufe mal für besonderen anlass dann möchte ich auch eine dress uhr haben die nicht zu winzig an mir wirkt und da bietet sich dann natürlich so eine uhr hier an an meinem handgelenk so 18 cm 18,5 cm handgelenksumfang habe ich da macht die uhr finde ich eine ganz gute figur sie trägt auch nicht zu dick aus sie ist sehr flach gehalten was eben schön ist für so eine dress uhr schöne feilschließe mit zwei drückern und hinten können wir da natürlich noch ein blick aufs uhrwerk werfen also insgesamt finde ich die uhr sehr gelungen schönes zifferblatt mit unterschiedlichen strukturen am außenrand haben wir diesen clou de paris und da drauf dann die schönen applizierten römischen ziffern und ich finde das kommt schon kommt schon sehr schick durch das datum ist finde ich auch schön integriert wirkt da unten auf 6 uhr überhaupt nicht aufdringlich und ja dadurch dass das ebenso zweigeteilt ist zifferblatt mit diesem schönen innenteil mit sonnenschliff da passt das datum einfach super rein integriert sich sehr schön meiner meinung nach und dann muss man eben auf den komfort eines datums auch bei so einer dress uhr nicht verzichten aber für den einen oder anderen ist das eben vielleicht auch nur die sich durchaus im alltag eignen könnte hier habe ich noch einen kandidaten da kann ich schon mal ein kleines sneak preview geben von dieser psycho presage wird auch noch ein hands-on geben weil ich mir gedacht habe die uhr ist ein bisschen kleiner die psycho und ist vielleicht für denjenigen interessant der eben nicht ganz so große arme hat also ja das eben für euch auch noch was in der pipeline ist wollte ich an dieser stelle nur noch mal so leicht anteasern und euch schon mal so ein bisschen geschmack auf mehr machen sozusagen ja also mir hat die uhr ganz gut gefallen hier muss ich tatsächlich sagen die tso ich persönlich muss ganz ehrlich sagen bin mit meiner maurice lacroix aiken ganz gut bedient das ist eher so meine art von geschmack und ja wenn ich jetzt sage so dresser ich trage eigentlich keine dresser selbst zu gehen ja nicht was heißt nicht so gerne stimmt auch nicht aber ich trage eben keine dresser für mich ist meine maurice lacroix aiken schon dresser genug und deswegen da mag ich einfach die ecken und kanten die die uhr hat noch ein bisschen lieber aber ja für euch wenn ihr eher so diese runden form mögt dann und auch auf der suche nach einer uhr mit blauem zifferblatt zeigt dann kann ich euch diese uhr hier ans herz legen so durch das uhrwerk ist sie interessant lange gangreserve 80 stunden und ja auch diese polierten mit elemente im armband machen ein bisschen was her das armband ist gestiftet aber ansonsten fand ich die schon ja schon ziemlich in ordnung kann man sagen also das ist einfach nur schöne armbanduhr ich hoffe ich habe euch einen gefallen getan und euch gefällt diese uhr und auch mein review und dann sage ich bis zum nächsten mal im federhaus macht's gut